Hey Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Hunde auf meinem Kanal und mit dabei ist wieder der gute Harry! Was geht? Hallo! Ja hier, Chaos schlau, hallo! Und heute, vielleicht könnt ihr es sehen, ich bin Adopt Me, ich hab das noch nie gespielt, keine Ahnung was man hier machen muss. Naja, was muss man denn hier machen? Best erledigen, sich umgucken, befreunden, Teil der Familie werden und so weiter. Ich mach sogar ein eigenes Haustier. Bist du Elternteil oder was? Na Baby du! Okay. Weil vielleicht könntest du Elternteil werden, dann bist du sozusagen mein Vater im Spiel. Vielleicht. Mein Haus, ich hab ein grünes kleines. Was bist du Elternteil? Ich bin... Warte... Ich bin direkt neben dir. Bei dir ist Chaos Schlau's Haus, das ist Lila und bei mir ist das Grüne. Ich bin das Grüne. Kommen wir zu deinem Haus? Ja. Und dann kannst du auch zu meinem. Ich steh hier. Du sollst es noch pink haben. Ich hab's schon mal... Ich hab's einmal gespielt... Ah, hier. Hi, hier ist meins. Was? Kommen wir mit in mein Haus. Komm mit. Wie geht's euch gut? Ja, komm mal her zu mir. Hä? 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 Wie macht man das? Drück auf den Pfeil da links, äh, rechts. Ja, bei mir ist keiner. Wirklich nicht rechts? Das meins tut man nicht. Ja, rechts ist keiner. Wirklich nicht? Würde ich nicht. Puzzeln Sie sich heraus, was ist das? Nee. Oh, komm. Oh. Hm, Familie. Familie erstellt, ich habe eine Familie erstellt. Oh, da habe ich einen Wachstum schon. Hm, zur Familie einladen. Ich habe mich halt zur Familie eingeladen. Hi. Hi. Ich habe 20 Bucks verliehen. Ey, ich springe es mir so komisch herum. Ah, ich bin ein Auto. Hm. Ich bin ein Baby in Roblox. Hallo. Hallo. Hallo, Ebeni. Oh, ich bin ein Pinguin. Ich bin ein Pinguin-Typ. Ich bin ein Pinguin-Typ. Ich kann so nicht fliegen. Komm, wir gehen hier rein. Ist nicht so, dass hier irgendwie ein Spielplatz ist oder so? Ja. Hallo, was ist da? Bei mir ist ein weißer Bildschirm. Warte doch mal. Ach, hi. Bist du schon da? Nein. Hi. Es ist halt für die Schule. Was ist denn? Schule? Oh, nee. Kein Bock. Scheiße. Wo ist die Schule? Schreibt mir mal in die Kommentare. Mögt ihr Schule? Ich habe jeden Fall ein ganz eindeutiges Nein. Schleller als du. Ich bin in der Schule. Ey. Wo ist die Schule? Hä, wie bist du so schnell? Ich hab mir Rollstuhl mal gekauft. Hier sind wir in der Schule. Ich hab ein Problem, Bruder im Hoverboard bekommen. Sehr geil. Oh, cool. Ich habe Durst, ja. Hm, mehr sehen. Komm mal her. Ja, warte, wo kannst du denn was trinken? Naja, ich geb dir was zu trinken. Hm. Guck mal. Im Inventar. Hab getrunken. Auf Essen? Ja, ja, ich trink gerade. Schmeckt's? Mmh. Geil. Ist ein Monat alt. Weißt du? Hm, hm. Äh, was, aber... Was brauch ich denn jetzt, Bro? Was brauchst du denn jetzt? Hast du irgendwie wieder... Ich kann mal das Hellware-Haus reingehen. Wo ist das? Ich drück mal links bei dir. Hm, ach so, da, ja, 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 da. Buh, play minigames, collect. Ja, teleport to Halloween shop. Ja. Mach das mal. Hab ich schon mal. Ah ne, man muss sich hier für Robux kaufen. Wow, ist das so cool. Hm. Wir gehen... Ist das besser als das mal letztes Mal? Wir gehen... Wir gehen wieder, äh, warte. Ne, oder? Man kann sich nur mit Süßigkeiten kaufen. Hm, warte. Hm, warte. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Nein! Ich bin wieder reingeg... Ach so, ne, doch nicht. Komm wieder raus. Ich warte hier auf dich. Es gibt sogar Haustiere. Ein Geister-Bunny und Skelett-Rex. Wo bist du? Und... Oh, die gefährlichste Truhe in der ganzen Hölle. Wo bist du? Bist du immer noch im Halloween-Haus? Ja. Hier. Hm. Ein Geister-Hase. Ein Skelett-Rex. Und... Ein Cerberus. Mein Gott. Oh, eine Fledermaus. Glaube ich. Ah, okay. Komm, lass. Wieder rausgehen hier. Ich dachte, es wird spannender. Ich dachte, ich ehrlich auch. Das Freundspiel würde ich zum ersten Mal adopten. Da kann man nix von mir sagen. Ja, aber... Kommst du? Ja. Ja, ich bin gleich da. Okay. Ach, moin, moin. Komm, lass es hier langgehen. Warte. Ich bin hier mal hochgesprungen. Äh, warte. Wir können ja. Ähm, warte. So, nochmal. Was? Das ist mein Haus. Alter, was ist das? Das ist verschlossen, aber ich will trotzdem reingehen. Hä? Hä? Warte. Warte. Ich versteh fest. Spirit, showdown starts. Wo bist du? Keine Ahnung. Wo bist du? Ah, da. Hinter dir. Hallo. So. Spirit, showdown starts. Lass reingehen. Wie lang noch? Eine Ahnung. Alter, wir laden jetzt so viele in die Familie ein. Okay, wir laden jetzt so viele in die Familie ein. Schlechte Idee. Ja. Wann geht's los? Ah! Hallo, ich möchte jetzt starten. Hallo? Wo sieht man denn noch meinen Countdown? Was ist das? Wo sieht man noch meinen Countdown? Ohne Ahnung. Aber es lächelt halt richtig bei mir. Okay, lass ihn wollen. Lass ihn rausgehen. Lass ihn rausgehen. Lass ihn rausgehen. Oh! Ich bin wieder drin, ich bin wieder drin. Na, call down. You have quiet up. Ich bin ja stark. Ich muss kurz zu dir stehen, putz ja. Wie lang noch? Gerade wo? Du bist jetzt bei mir. Du bist jetzt gerade bei mir. Hm. Sie reden hier ja auf Deutsch. Okay, was muss man hier machen? Achso, beginnt schon das Many Game? Das ist... Oh, geil ist das aber... Hm. Ah, das ist Geisterjäger. Los, mach das! Was wollen wir denn hier machen? Die Geisterjäger, die du siehst, musst du einsaugen. Ja, das ist ja voll scheiße. Kommt auf an, ob du es krankst oder nicht. Ja, das ist meine, aber geh mal weg! Also nicht, du. Ey. Stage 2. Der Voskais ist in der Haus. Wo ist denn das Haus? Der ist weg in der Mitte. Hm. Wunder! Ist er das? Ja, das ist der große. Ey! Hier! Ich wurde erstmal weggeschossen. Mann! Es dauert. Es dauert. Ich würde fragen, wir machen kurz einen Cut und dann sehen wir uns bald wieder. Ja. Ja.